Es ist mal wieder soweit, eine neue Woche mit Star Equestrian und wir haben auch mal wieder ein paar neue Kisten und ein paar neue Dailies und ein paar neue Weeklys. Und wir gucken mal, was wir so diese Woche eigentlich haben. Wir schauen einfach mal rein in die Weeklys und dann haben wir hier Repeatable Quests und dann haben wir dieses Mal Treasure Hunter. Dann müssen wir einfach nur zwölf unterschiedliche Goldmedaillen holen und 150 Obstacles überspringen. Ich hoffe mal, das zählt auch in den Rennen. Oh, und es gibt sogar dafür dieses Mal Gold-Tickets. Moment, es gibt jetzt für... Wow, das finde ich aber richtig. Geht set an Star Equestrian, das ist eine geile Erneuerung. Das finde ich auf jeden Fall super, dass es dafür nämlich jetzt auch noch Gold-Tickets gibt. Gibt es hierfür auch noch mal welche? Nee, hierfür gibt es keine. Aber das finde ich definitiv schon mal richtig, richtig nice. Und wir gucken uns erst mal unsere Kisten an. Da haben wir einmal unsere Racing-Kisten hier. Und wir haben einen Mustang. Oh, und ich brauche gar nicht so viel Geld. Das Geld ist leider, leider alles nicht so gut. Aber wir haben den Mustang tatsächlich auf ein neues Tier gebracht, was wir jetzt nicht unbedingt brauchen. Aber egal. Wir gucken uns dann noch mal die Kisten an. Einmal hier die. Da bei der Kiste sage ich immer, ey, ohne Scheiß, bitte gib mir die Gems. No, ich brauche keinen Autumn Clydesdale. Das sollten sie auf jeden Fall mal ändern. Dass du halt, wenn du den Clydesdale auf der höchsten Stufe hast, dass du dann halt keinen mehr bekommst. Das wäre halt super. Ja, das bringt uns alles gar nicht so viel. Muss ich sagen. Also das ist definitiv eine Sache, die ein bisschen sad ist. Aber wir gucken mal gleich, ob das zählt, wenn wir in den Rennen Obstacles überspringen. Oder was hier genau als Obstacles alles zählt. Oh, die Kiste ist mal wieder da hier. Immer schön mit den Kisten, die man unterwegs findet. Ja, ich spare ja immer noch fleißig. Ich kann ja jetzt schon, glaube ich, dreimal Fantasy-Zucht machen mit dem Pegasus. Was ja auch schon sehr bald kommen soll. Bekommt ihr übrigens bald von mir auch ein Update-Video dazu. Zur Fantasy-Zucht, weil die sollte ja auch schon bald kommen. Da habe ich auch noch mal ein paar Fragen wieder an das Team gestellt. Und deswegen gucken wir dann mal, was da dann noch so ist. Generell, wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr mich natürlich auch gerne in die Kommentare schreiben. So. Wenn ihr da Fragen habt, schreibt sie mir gerne. Dann gebe ich das gerne mal ins Team weiter. Kriege ich dann meistens so einen Tag später dann die Antwort dazu. Deswegen finde ich das immer super. Generell vom SE-Team. Auch dickes Lob hier an die Leute. Denn ich komme da immer super gut mit denen zurecht. Und da, auch wenn ich Fragen habe, wenn die eigentlich super schnell beantwortet, da bin ich echt dankbar dafür, dass man da so nette Mitarbeiter hat. Gerade im Bereich, bei dem Team. Oh no, Scheiße. Das war jetzt richtig mies. Aber ihr seht ja hier, das war jetzt gerade der Benefit von dem Pferd, dass es dadurch nicht verlangsamt wird. Das sollten sie halt trotzdem irgendwie ein bisschen anpassen, weil es ist halt ein Legendary-Pferd. Und irgendwie, wenn der Trade für Legendary einfach nur ist, dass du, wenn du nicht auf Magnificent reitest, Bonus hast. Das ist halt irgendwie blöd. Wir gucken mal, ob das jetzt gezählt hat dann gleich. Nehmen wir mal hier rausgehen. Theoretisch, ach so, Goldmedaille müsste ja Magnificent dann sein. Und wir haben jetzt hier, ja, das zählt auf jeden Fall. Finde ich super. Und dann gucken wir mal, ob das als Magnificent dann zählt, wenn wir da auf Magnificent durchgehen. Generell, wenn ihr irgendwelche Fragen habt zum Spiel, schreibt die mir auch gerne mal in die Comments. Dann nehme ich das dann teilweise auch mal als Themen für kommende Videos, um darüber so ein bisschen zu reden. Also, wenn ihr da Fragen habt zu irgendwelchen Themen explizit, geht da gerne darauf ein. Und dann kann ich versuchen, euch da so ein bisschen weiter zu helfen. Weil manchmal habe ich auch gemerkt, so gerade am Anfang sind manche Sachen doch schon ein bisschen schwer auch zu verstehen. Ah, wir sehen schon, also von der Ausdauer her, Stamina-wise ist das Pferd schon langsam gar nicht schlecht. Wir sehen, wir können jetzt fast komplett durchboosten. Wir können sogar komplett durchboosten. Weil hier bin ich sowieso verlangsamt, wenn ich da eng rumreite. Und ich glaube, dass wenn ich außen rumreiten würde, wäre ich da nicht unbedingt schneller. Deswegen ist das so eigentlich ziemlich nice. Und ich gucke mal, ob das jetzt gezählt hat, als Goldmedaille. Ja, das zählt als Goldmedaille. Also das hat jetzt gezählt. Für unser Rennen. Also bringen uns schon mal die beiden von unseren Daily-Aufgaben, bringen uns schon mal was. Sodass wir eigentlich sehr, sehr gut mit den Daily-Aufgaben zusammen, können wir sehr, sehr gut diese... Oh ja, das ist sehr gut. Mit den Daily-Aufgaben können wir super gut zusammen eigentlich unsere Aufgaben machen. Sodass wir sagen, hey, wir müssen zwölf Rennen auf Gold machen. Dann machen wir halt heute das eine Rennen, morgen das andere Rennen. Weil wenn ich jetzt gerade eh noch mal die anderen Spring-Rennen mache, dann mache ich ja sowieso immer... Oh, ja, geil. Mache ich ja sowieso immer das andere Rennen noch mit. Und da seht ihr ja eigentlich so hier... Ich habe immer noch eine... Ich finde es immer noch blöd, dass die Leafies hier, also die Blätter, auch als Hindernis zählen, aber eben nicht als Hindernis, was einem hier für den Pferd was bringt. Weil da wirst du ja trotzdem verlangsamt. Also es zählt nicht als Obstacle, weil das Pferd ja eigentlich durch Obstacle nicht verlangsamt wird. Von daher ist das immer ein bisschen blöd. Aber hey, wir können hier ganz gut noch so die Sachen machen. Und dann haben wir nämlich da schon mal ganz gut was weg. Und ich hoffe immer noch, dass das Pferd irgendwann mal hier in den Rennen auch seine Magical Form zeigt. Weil immer dieses Need, dass da vorne das Haustier mit dabei sein muss, ist halt dann doch ein bisschen doof. Wir können auch gleich noch mal schauen, wie die Rennen so diese Woche sind. Für solche Rennen im Übrigen ist das Pferd echt ganz geil, weil es ja keine Energie verbraucht beim Springen, wegen seinem Passiv-Effekt. Das ist genau wie der Pegasus, dass du beim Springen eben keine Energie verbrauchst. Man merkt, dass es trotzdem natürlich noch recht, recht hungrig an Energie, aber es ist ja auch gerade mit seiner Level-Ausrüstung unterwegs, nicht mit meiner besten Ausrüstung. Und dafür ist es eigentlich ziemlich gut. Naja, aber es frisst hier gerade doch ein bisschen sehr viel Energie. Aber Magnificent! Und damit haben wir unsere zweite Goldmedaille. Und haben auch vor allem, denke ich mal, schon ganz gut die Sprünge. Ich gucke mal gerade bei den Sprüngen bei unseren Tasks hier. Da haben wir die zwei. Und hier haben wir auch schon 44. Ja, das geht auf jeden Fall sehr, sehr gut. Also kann man sich nicht beschweren. Wir gucken aber jetzt auch mal bei den Rennen nach, was so diese Woche so die perfekten Trades eigentlich sind. Gucken wir doch einfach mal hin. Wir haben hier dafür... Ich weiß, man kann hier vorne so seinen NPC anlabern, aber ich finde es immer am besten, wenn man einfach sich hier hinstellt und mal schaut, was wir so haben. Wir sehen auch, wir haben hier Alert. Oh, mit wem flirtest du denn? Da ist doch gar keiner. Und dann haben wir ja hier unsere Pferde, die man dann so nehmen kann. Und da kann man nämlich einfach mal schauen, dass du sagst, ey, hier, du schaust dir mal deine Pferde an. So die Pferde, die ich auch sehr gut habe. Aber zum Beispiel, wir sehen hier, das wäre ihn hier. Er hat in beiden Rennen Doppel-Trades, das schon mal sehr, sehr gut ist. Und dann sehen wir, dass wir also damit ein Doppel-Pferd haben. Ich gucke mal, ob wir noch irgendeins halten mit drei. Weil manchmal kann man ganz gut noch mal eins hochleveln mit drei. Aber ich habe gar nicht so die Alert-Pferde. Nur das hier noch, aber nee, das ist auch nicht so die Option. Gut, dann könnten wir noch mal schauen, dass wir, also jetzt haben wir unten Social und bei Social habe ich ja ein paar Pferde, die Social-Trades haben. Hier zum Beispiel. Das macht aber gar keinen Sinn. Das Pferd hat auch Social und mein Racing-Pferd hat auch noch Social. Ja, ich sehe, hier hätten wir auch noch, wir hätten diese Lupe und diese Augen. Gucken wir mal, ob wir davon noch irgendwas haben, was Lupe und Augen hat. Sieht nicht so, oh doch hier. Das hier hätte das, aber es hat nur ein Level 18 erfährt. Also das hier würde gehen. Aber ansonsten denke ich, sieht es eher danach aus, als würden wir großteils, das hier hätte das auch noch mal, Moment, das hier hat alle, das hat ein Dreier-Trade. Seht ihr, der Drach hat ein Dreier-Trade. Also könnten wir den hier aktuell ein bisschen pushen. Das wäre also jetzt gerade ganz sinnig, dass wir das Pferd hier ein wenig hochpowern und dem hier dann dadurch auch mal so ein bisschen die ganzen Sachen geben. Damit wir das Pferd hier als Dreier-Trade-Pferd nutzen können für das eine Rennen. Und dann können wir nämlich das Pferd hier so ein bisschen pushen. Wir bekommen dadurch auch noch ganz gut Club-Punkte, wie ihr gerade seht. Dann füttern wir nämlich das Pferd hier so ein bisschen hoch und bekommen dadurch richtig gut Club-Punkte, wie ihr gerade nämlich seht. Und dann powern wir nämlich hier unsere ganzen Sachen, die wir noch haben, einfach mal rein. Und dann seht ihr nämlich, dass wir dadurch schon wirklich ganz gut Club-Punkte machen. Weil wir hier die ganze Zeit hochladen, wenn man so Pferd jetzt da mit dem ich schon auf direkt Level Level 11 gepowert. Und da seht ihr mal oben unsere Club-Punkte, die gehen nämlich gut nach oben. Machen wir mal fünf Punkte auf Jump. Fünf Punkte auf das. Dann noch auf Speed. Machen wir mal, machen wir mal, machen wir mal fünf Punkte auf Speed. und machen wir noch zwei Level auf Base-Level hoch. Und, hä, das sind wir immer noch. Wir sind immer noch auf Acceleration, auf Maxima. LOL! Immer noch Acceleration sind wir auf Maxima. Das Fährt halt einfach zu hoher Acceleration. Und da seht ihr nämlich schon, dass wir dadurch nämlich jetzt schon fast 600 Punkte einfach mal gemacht haben. Und können dann jetzt einfach mal schauen, dass wir noch so ein bisschen hier irgendwie Equipment, gerade was wir da haben, hier machen wir ein bisschen auf Upgrade. Und packen dann da noch mal so ein bisschen unser Zeug rein hier. Und dann haben wir nämlich unsere Dailies da schon so gut wie durch. Aber, ich bin gespannt, wie sieht es bei euch aus. Was würdet ihr heute gerne noch so diese Woche auch erfahren. Und dann sage ich schon mal Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!